Hallo ihr Lieben, dieses Video befasst sich mit der Frage, woher eigentlich die heutige menschliche Unfreundlichkeit, Feindseligkeit und Gewalttätigkeit herkommt. Und zwar aus einer laienhaft evolutionspsychologischen Perspektive. Zugleich aus einer Perspektive, die ich tatsächlich als menschenempathisch oder menschenfreundlich bezeichnen würde. Also durchaus verständnisvoll paradoxerweise, ohne uns unnötige und unproduktive Vorwürfe zu machen. Aber trotzdem eine Lösungsperspektive zu bieten. Also im Sinne von, es gibt einen Ausweg. Und trotzdem kann man es gut erklären. Und ich möchte so beginnen, dass es natürlich sowas gibt wie eine natürliche menschliche Aggressivität. Die ist auch meines Erachtens durchaus notwendig gewesen, dass die Spezies Mensch, die über diese verfügt. Denn wir kommen ja nicht immer aus unglaublich freundlichen Umwelten. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir aus Umwelten kommen, wo es durchaus auch Tierarten gab, die uns ans Leder wollten. Oder die nicht sonderlich, sag ich mal, die Welt war nicht immer eine sonderlich menschenfreundliche Welt. Und deswegen ist also eine Spezies, die völlig ohne Aggression ist und die halt so ist, wie wir sind, affenförmig. Also hat ein Problem. Das sehen wir zum Beispiel deutlich am Unterschied zwischen Schimpansen und Bonobos. Und Bonobos, die deutlich friedfertiger sind als Schimpansen, haben sich offensichtlich deswegen zur Friedfertigkeit, in relativen Friedfertigkeit entwickeln können, weil sie eine Umwelt hatten, in der bestimmte andere Tierarten nicht vorkamen. Anders als die Umwelt von Schimpansen war. Und auch wir Menschen haben uns in Umwelten bewegt, die eher denen ähnlich sind, in denen sich Schimpansen bewegen. Also das heißt, wir hatten Rivalen und wir hatten auch Tiere, für die wir Beute waren. Und deswegen ist also, dass es eine natürliche menschliche Aggressivität gibt. Anders hätte die Spezies Mensch nicht überlebt. Trotzdem gibt es einen großen Irrtum, wenn man denkt, dass die heutige Aggressivität, Feindseligkeit und Gewalttätigkeit des Menschen einfach natürlich wäre. Denn das ist sie tatsächlich paradoxerweise nicht. Das zeigt auch die Forschung. Wir sind also im Zuge bestimmter evolutiver Prozesse tatsächlich eher gewalttätiger und aggressiver geworden, als wir mal waren. Oder als die Spezies auch sein müsste. Und ich rechne zu auf mindestens vier Umweltfaktoren, die im Laufe der Evolution des Menschen weggefallen sind und unsere, ich würde es so nennen, unsere natürliche Aggressivität natürlicherweise eingehegt haben. Das heißt, die Aggressivität des Menschen war Spezies intern nicht ein riesiges Problem, solange nicht sich die Umweltverhältnisse geändert haben. Sie haben sich aber geändert. Und nachdem sie sich geändert hatten, sind verschiedene limitierende Faktoren für die menschliche Gewalttätigkeit einfach weggefallen. Und dadurch haben wir eine höhere Gewalttätigkeit, eine höhere Feindseligkeit und auch eine höhere Unfreundlichkeit entwickelt, als die, zu der wir vom Potenzial her als Spezies fähig wären. Und was sind diese vier limitierenden Faktoren? Der erste ist besonders schwer zu erklären. Das hat was damit zu tun, dass in den Umwelten, aus denen wir kommen, natürlicherweise, wir sozusagen ab Freihaus etwas mitgeliefert bekommen haben, über das wir nach meinen Begriffen seit circa 10.000 Jahren, also seit Beginn der Sesshaftigkeit, nicht mehr verfügen, nämlich unbedingte Beziehungen. Die menschliche Spezies ist eine Spezies, die daraufhin angelegt ist, dass sozusagen bestimmte unbedingte Beziehungen einfach gegeben sind. Seitdem wir sesshaft geworden sind, ist das aber nicht mehr so. Wir haben also sozusagen nur noch bedingte Beziehungen und das stresst eine Spezies wie uns ganz gewaltig und sorgt für eine gewisse Grundunentspanntheit, die man vielleicht gut verstehen kann, wenn man sich zum Beispiel mal mit sowas befasst hat wie Transaktionsanalyse. Das ist eine bestimmte psychologische Theorie, die sehr stark mit dieser Differenz zwischen bedingten und unbedingten Beziehungen und bedingten und unbedingten Beziehungsbotschaften operiert. Also wer das verstehen will, was die Folgen sind, die psychologischen Folgen und warum eine Spezies, die keine bedingten Beziehungen mehr hat, also eine Spezies, die so ist wie der Mensch, unentspannter ist und damit auch aggressiver und unausgeglichener, der sollte sich mal mit Transaktionsanalyse beschäftigen. Also das lasse ich jetzt mal so stehen. Das ist der fast am schwersten zu erklärende Faktor, der komplexeste. Mit dem beginne ich hier gleich. Den lasse ich jetzt mal so bestehen. Selbst wenn man den nicht kauft, reichen die drei anderen, um das Phänomen zu verstehen. Das zweite ist, was weggefallen ist mit dem Gang in die Sesshaftigkeit, ist, dass wir uns überwiegend in sozialen Verhältnissen bewegen, in denen es unmittelbare soziale Kopplungen gibt. Was bedeutet das? Das ist auch nicht ganz unkompliziert, denn wir haben uns nicht, anders als vielleicht manche denken, nur in geschlossenen Sozialgruppen bewegt, also in Stämmen, die nur unter sich geblieben sind, sondern die heutige Forschung geht davon aus, dass das Sozialleben des Steinzeitmenschen, also uns, bevor wir sesshaft geworden sind, ungefähr so aussah, wir hatten unsere Peergroup, aber wir hatten auch zwischen den Peergroups sehr viel Austausch. Es gab sowohl Genaustausch, also man hat sozusagen fremdgeschnachselt und es gab eben auch gewisse Üblichkeiten, dass man in andere Stämme eingeheiratet hat. Zum Beispiel bei den Aborigines ist das sehr gut nachgewiesen. Die hatten ein hochkomplexes Heiratssystem, das eben auch sowas wie fortgesetzten Inzest verhindert hat, was halt biologisch einfach vorteilhaft ist, wenn man also nicht immer nur intern miteinander Kinder kriegt, in einer relativ kleinen geschlossenen Gruppe. Das ist so auch die These, woran wahrscheinlich Neandertaler eingegangen sind. Die hatten nämlich eher geschlossenere Gruppen als wir, also als der Homo Sapiens. Relativ, also man muss das relativ sehen, aber der Mensch hat also immer schon in Gruppen gelebt, die auch freundlichen Austausch, Austausch von Waren, Austausch von Ideen, aber auch Genaustausch extern hatten. Trotzdem war es sozusagen so, dass wenn wir in Kontakt waren, wir unmittelbare Kopplung hatten. Und das ist weggefallen mit der Sesshaftigkeit. Das heißt, in der Sesshaftigkeit hat sich ein neuartiges Verhältnis ergeben, von durchaus weiterhin auch relativ geschlossenen Gruppen, die in Kontakt stehen mit anderen Gruppen, also Einfluss aufeinander haben, aber keine unmittelbare Kopplung, keinen sozialen Kontakt, keinen Kontakt, der sich menschlich auffangen lässt. Und das stresst sozusagen die Spezies ganz gewaltig. Das ist so das Zweite, was sich verändert hat mit dem Switch von Nomadenleben zu Sesshaftigkeit. Der dritte Faktor, der sich stark verändert hat und der sozusagen die natürliche Aggressivität des Menschen eingehegt hat, der aber seit der Sesshaftigkeit eben nicht mehr gegeben ist, ist, dass wir im Nomadenleben nie so große Status- und Machtunterschiede entwickeln konnten zwischen Menschen. Das heißt, es gab Status- und Machtunterschiede sicher, aber sie wurden nie so groß, wie sie natürlicherweise, also das heißt, von ganz alleine werden, seitdem der Mensch sesshaft ist. Das heißt, die Fähigkeit in der Sesshaftigkeit, wir würden heute sagen, Kapital zu akkumulieren, aber ich würde erst mal sagen, die Ressourcen zu akkumulieren, also Ressourcen anzuhäufen, die man dann verfügt, über die andere Menschen, die auch da sind, nicht verfügen, diese Möglichkeit entsteht natürlicherweise und völlig unvermeidlicherweise in Sesshaftigkeit, konnte aber in der natürlichen Lebensform des Menschen im Nomadentum nicht entstehen. Und das heißt, der Mensch ist eigentlich eine Spezies, die mit so großen Macht- und Statusunterschieden, wie sie in der Sesshaftigkeit aber von alleine entstehen, nicht umgehen kann. Das stresst uns. Deswegen gibt es auch immer wieder diese sozialistischen Tendenzen, dass man die Eigentumsunterschiede begrenzen will. Das ist intuitiv naheliegend, ist aber nicht die Lösung. Ich komme noch darauf, was die Lösung ist, aber man kann das verstehen, warum Leute immer wieder auf die Idee kommen, dass Sozialismus eine gute Idee sei. Weil sozusagen, man will dahin zurück, wo wir eigentlich herkommen, nämlich ins Nomadenleben, wo es nicht diese großen Eigentums- und Vermögensunterschiede je geben konnte, weil Nomaden halt das Zeug, das sie so haben, mitschleppen können. Und das limitiert einfach die Möglichkeit der Anhäufung von Eigentum. Mit der Sesshaftigkeit ist dieser limitierende Faktor aber weggefallen. Seitdem ist es möglich, Eigentum anzuhäufen. Seitdem ist es auch möglich, riesige Statusunterschiede und auch unvermeidlich riesige Status- und Machtunterschiede zu bilden. Und das stresst uns. Das ist also etwas, was entstanden ist mit der Sesshaftigkeit. Ein Problem, das Nomaden nie hatten. Und es gibt noch ein weiteres Problem, also einen vierten Faktor. Vielleicht komme ich sogar noch gleich auf den fünften zu sprechen, der mir jetzt spontan einfällt. Einen vierten Faktor, der einfach da war. Und das sagt also wirklich die heutige, wie soll man sagen, Steinzeitforschung und evolutionäre Anthropologie, dass das wirklich ein Faktor war. Kurz gesagt, Nomaden können, wenn es zu stressig wird, sich aus dem Weg gehen. Das können wir, seitdem wir sesshaft geworden sind, nicht mehr in der gleichen Form. Das heißt, unterschiedliche Stämme, also wenn die es nicht hingekriegt haben, in einer friedlichen Form zu existieren, das heißt einfach auch, die Mord- und Todesraten wurden zu hoch, haben sich getrennt. Man ist getrennter Wege gezogen. Diese Möglichkeit ist mit der Entstehung von Sesshaftigkeit weggefallen. Wir Menschen sind aber von unserer Naturell her, von der Natur aus, darauf angelegt, dass man, wenn es zu stressig wird, uns aus dem Weg gehen können. Können das aber nicht mehr. Das sind also limitierende Faktoren. Der fünfte Faktor, der mir so einfällt, der setzt so ein bisschen auf, auf diesen Faktor 2, Bildung geschlossener Gruppen, die aber nicht gekoppelt sind, ist das Gefangenen-Dilemma. Wer das verstehen will, lese eben nochmal nach bei Hobbes, was das ist. Das ist so, es entstehen Gruppen, die stehen in Kontakt, aber nicht in menschlichem Kontakt, antizipieren, dass die andere Gruppe eine Art Bedrohung sein könnte und investieren dann proaktiv in Gewalt, nur für die Möglichkeit, dass der andere angreifen könnte. Da die andere Gruppe das aber auch tut, rüsten jetzt beide Gruppen auf. Also keine muss feindselig sein dafür. Ja, das ist so das, was Hobbes verstanden hat oder eben im 13. Kapitel des Leviathanisches beschreibt. Aus purer Voraussicht für den Fall der Fälle rüsten beide auf. Das heißt, da muss auch nichts passiert sein vorher. Es ist mehr so, der andere könnte angreifen, der andere könnte einem was wegnehmen und nur auf diese Möglichkeit hin müssen jetzt beide aufrüsten. Also ein klassisches Gefangenen-Dilemma. Das ist etwas, was sich ergibt in dieser Form nur in Sesshaftigkeit. Im Nomadenleben nicht, da ist man also, bevor es so weit kam, sich aus dem Weg gegangen. Das heißt, paradoxerweise ist der Mensch mit der Sesshaftigkeit extrem viel aggressiver geworden und das ist auch, soweit ich mir das als Laie angelesen habe, derzeitiger Stand der Forschung. Also manchmal, es war lange kontrovers, man hat zeitlang gedacht, die Nomaden werden unfriedlicher gewesen und wir seien also in der Sesshaftigkeit und im Zivilisationsprozess friedlicher geworden. Und dann gab es die umgekehrte These und mittlerweile ist so Konsens in der Forschung, soweit ich das verstanden habe als Laie, dass wir auch vorher gewalttätig waren. Also das Nomadenleben war nicht ein rein friedliches Leben, wo es keine Morde gab oder so. Es gab durchaus auch in der Zeit Morde und Gewaltfälle und vielleicht auch rituelle Tötungen und alles Mögliche und auch gewaltsam ausgetragene Kriege gab es durchaus auch schon damals. Aber die relative Aggressivität und die relative Gewalttätigkeit ist gestiegen, so als der Mensch Viehzucht und Ackerbau erfunden hat, sagt die Forschung. Das heißt, der Mensch war schon mal friedlicher, ist dann aber mit der Erfindung der Sesshaftigkeit unfriedlicher geworden und zwar aus Systemeffekten heraus, aus Struktureffekten heraus, die einfach die Sesshaftigkeit mit sich bringt. Und jetzt sind wir also schon seit 10.000 Jahren sesshaft. Das heißt, wir müssen auch davon ausgehen, dass wir, 10.000 Jahre sind jetzt nicht evolutiv gesehen eine wahnsinnig lange Zeit, aber sie sind auch nicht eine ganz kurze Zeit. Meine These ist, und das ist also wirklich genuin meine These, ich habe das nirgendwo in der Forschung gefunden, aber es ist einfach naheliegend, so zu denken, als Laie zumindest. Wir müssen dann wirkliche Forscher halt falsifizieren oder validieren oder was auch immer, ob das jetzt wirklich völliger Stuss ist, was ich hier erzähle, aber mir scheint es naheliegend zu sein, dass wir jetzt seit 10.000 Jahren einen relativen Selektionsprozess in Richtung wieder Unfreundlichkeit und Feindseligkeit und Gewalttätigkeit und gesteigerter Aggressivität haben, während die Forschung sagt, dass bis vor 10.000 Jahren, also bis zum Beginn der Selbsthaftigkeit, wir wahrscheinlich einen evolutiven Prozess, einen schleichenden Prozess in Richtung immer freundlicher haben. Das habe ich mir angelesen von vor allem von Brian Hare. Brian Hare ist ein Professor für Evolutionspsychologie in der Duke University in den verdenkten Staaten, also ein wirklich seriöser Forscher, der sagt, es gibt starke Evidenz dafür, dass es einen Selektionsmechanismus bei der Menschheit gab in Richtung immer freundlicher, immer auch fremdenfreundlicher, auch weniger feindselig, weniger gewalttätig und zwar einen lang, lang anhaltenden Prozess. Meines Erachtens, das bin jetzt ich, nicht Brian Hare, ist dieser Prozess gestoppt worden durch den Gang in die Sesshaftigkeit und seitdem sind wir wieder in der umgekehrten Richtung unterwegs und diese These von mir erklärt eine Sache sehr gut, warum wir beim Thema Friedfertigkeit, Gewalttätigkeit so schizophren sind. Es gibt sozusagen in uns angelegt beide evolutive Tendenzen. Bis vor 10.000 Jahren war die Menschheit auf dem Weg zu immer freundlicher, weil das damals unter den Umständen des Nomadenlebens ein evolutiver Vorteil war. Man konnte zum Beispiel größere Gruppen bilden, wenn man freundlicher war und das war ein Vorteil. Seitdem wir aber sesshaft geworden sind, haben wir die Gegentendenz ausgebildet. Seitdem ist es kein evolutiver Vorteil mehr, wenn man freundlicher ist und es gibt auch heutige Studien, die das auch naheliegen. Zum Beispiel gibt es eine sehr interessante Studie, die sagt, es gibt einen Grund, einen systemischen Grund, warum nette Menschen eher Geldprobleme haben. Das heißt, zu Status und Macht und Einfluss kommst du als Individuum nicht, wenn du nett bist. Nicht in der heutigen Gesellschaft und da gibt es harte Forschung, statistische Forschung, die das nachweist. Und insofern haben wir also zu unserem eigenen Nachteil eine Gesellschaft ausgebildet, in der hohe Aggressivität, hohe Feindseligkeit und hohe Gewalttätigkeit nicht mehr nachteilhaft ist, während das in den Nomadengesellschaften, aus denen wir kommen, in denen wir über Jahrzehntausende, wenn nicht über Jahrhunderte Tausende gelebt haben, kein Vorteil war. Das heißt, es gab auch natürlich bei uns, als wir noch Nomaden waren, in der Steinzeit, eine Aggressivität, weil die mussten wir haben. Es gab, was weiß ich, Bären, Leoparden oder Säbelzahntiger von mir aus. Also es gab andere wilde Tiere. Wäre die Menschheit überhaupt nicht aggressiv oder gewaltfähig gewesen, wäre sie ausgestorben. Ja, kurz gesagt, also sehr vereinfacht dargestellt. Diese Gewaltfähigkeit des Menschen wurde aber limitiert durch Faktoren, die einfach gegeben waren. Und diese Faktoren, die einfach gegeben waren, sind aber mit dem Gang in die Sesshaftigkeit weggefallen. Und seitdem haben wir einen schleichenden Selektionsprozess hinter uns, der uns tendenziell sagt, wenn du zufriedfertig wirst als Mensch, kriegst du ein evolutives Problem. Und wenn man jetzt ganz brutal ist, kann man sagen, es haben sich auch in den letzten 10.000 Jahren immer wieder Menschen, Gruppen, Gemeinschaften, Gesellschaften, Stämme, soziale Einheiten gebildet, die relativ zum Gewaltniveau der sonstigen Menschheit eher friedlicher waren. Die haben wir aber alle ausradiert und ausgerottet. Entweder haben wir sie also sozusagen versklavt oder unterdrückt oder sogar umgebracht. Das heißt, seit 10.000 Jahren ist Friedfertigkeit und Freundlichkeit evolutiv gesehen keine dominante Strategie mehr. Und das ist ein Riesenproblem. Weil heute, so wie wir heute leben, also in der heutigen globalen Welt, da wir eigentlich faktisch eine Weltgesellschaft bilden, müssen wir kooperationsfähig sein über Gruppengrenzen hinweg. Also wir brauchen heute die Möglichkeit und die Fähigkeit, gruppenübergreifend zu kooperieren. Und der Witz ist, wir Menschen können das auch. Prinzipiell können wir das immer noch. Wir sind empathiefähig. Wir können auch, und das zeigt auch die Forschung, Empathie mit wildfremden Menschen haben. Und zwar relativ schnell unter günstigen Bedingungen. Das Problem ist, diese günstigen Bedingungen sind hoch selten heute. Und häufig begegnen wir uns heute unter Bedingungen, wo Empathie gar nicht erst entstehen kann, wo Verständnis gar nicht erst entstehen kann, sondern wo sehr schnell Aggressivität entsteht, wo sehr schnell Dominanz entsteht, Unterdrückung entsteht, Gewalt entsteht. Und das ist ein Riesenproblem. Das ist also letztlich ein Struktureffekt oder ein Resultat der Verhältnisse, unter dem wir mittlerweile leben. Und deswegen ist also zu adressieren eigentlich nicht das Wesen des Menschen. Das Wesen des Menschen ist weitgehend okay. Der Mensch ist vom Prinzip her empathiefähig, verständnisfähig und auch kooperationsfähig, auch über Gruppengrenzen hinweg, nach wie vor. Das ist ein relativ stabiles, evolutives Feature beim Menschen. Aber die Verhältnisse sind hoch ungünstig und das sind sie jetzt mittlerweile seit 10.000 Jahren. Und das heißt, wenn wir heute als Menschheit mit uns selber klarkommen wollen, oder meines Erachtens müssen wir das, müssen wir die Verhältnisse ändern. Das klingt so komisch, die Verhältnisse ändern. Das Lustige ist, wir können das. Das genau ist etwas, was wir können. Und das heißt, der Ausweg ist, uns selbst Bedingungen zu stellen, unter denen wir gruppenübergreifend empathisch sein können. Und diese Verhältnisse sind herstellbar. Und wo sind sie herstellbar? Auf gelosten Bürgerversammlungen sind sie herstellbar. Aus mehreren strukturellen Gründen. Ein Grund ist, geloste Bürgerversammlungen kann man so konzipieren, dass sie Machtgleichheit herstellen. Und unter den Verhältnissen von Machtgleichheit und Konkurrenzlosigkeit ist der Mensch relativ schnell empathiefähig. Ja, es sind wir relativ schnell empathiefähig. Während wenn wir um Macht kämpfen, um Status kämpfen, wenn wir konkurrieren, wir nicht empathisch sind miteinander. Das ist aber das Verhältnis, in dem wir heute fast die ganze Zeit sind miteinander. Und zwar oft auch in der Form Gruppe gegen Gruppe. Wenn man sich also fragt, wo die heutige gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit herkommt, da muss man sagen, also relativ flapsig und auch relativ lapidar und auch relativ brutal, sie kommt eigentlich aus den Verhältnissen, in denen wir leben, nämlich aus den Verhältnissen von Sesshaftigkeit. Also ganz brutal. Unser Problem ist, dass die Sesshaftigkeit einfach gegeben ist und auch irreversibel ist. Wir können nicht zurück zum Nomadenleben. No way. Also hier sitzt nicht jemand, der sagt zurück zur Steinzeit oder zurück zum Nomadenleben. Ich sage mehr, mit dem unvermeidbaren Gang in die Sesshaftigkeit, mit der unvermeidbaren Entwicklung von Sesshaftigkeit, sind Probleme entstanden, die wir seitdem nie gelöst gekriegt haben. Das heißt, die Menschheit hat seit 10.000 Jahren Probleme mit sich, die sie bis heute nicht in den Griff gekriegt hat. Und das ist auch nicht groß wundersam, sondern das ist sozusagen eigentlich erwartbar bei einer Spezies, die halt so ist, wie der Mensch ist. Also kurz gesagt, wir sind ausgelegt, evolutiv, psychologisch, in jeder Hinsicht für das Nomadenleben, aber nicht für das Sesshafte Leben und das ist halt das Leben, das wir miteinander seit 10.000 Jahren führen. Und die natürliche menschliche Gewaltfähigkeit und die natürliche menschliche Aggressivität, die rückblickend gesehen im Nomadenleben limitierende Faktoren hatte, begrenzende Faktoren hatte, hat sie jetzt, seitdem wir in der Sesshaftigkeit zusammenleben, eben nicht mehr. Und das ist das Problem. Wir sind also heute aggressiver, unfreundlicher und gewalttätiger, als wir mal waren. Und das erklärt recht gut, warum wir beim Thema Gewalt und Freundlichkeit so schizophren sind. Also wir spüren sozusagen jeder für uns, jeder für sich und auch gruppenweise beide Tendenzen. Wir beklagen die Gewalttätigkeit, oft eben auch die Gewalttätigkeit anderer und haben irgendwie so diffus das Gefühl, eigentlich müsste es doch friedlicher gehen, eigentlich müsste doch irgendwie die Menschheit freundlicher sein und gleichzeitig sind wir aber gleichzeitig oft selbst hochaggressiv mit anderen Menschen, auch mit anderen Menschengruppen. Und das ist sozusagen ganz krass ausformuliert eigentlich nicht unsere Schuld, das ist die Schuld der Verhältnisse. Und wenn man das ändern will, muss man die Verhältnisse ändern. Und wenn man sich fragt, wie kann man denn die Verhältnisse ändern, dann ist meine Antwort, indem wir eine Form von Demokratie praktizieren, die mal an einem sehr provinziellen Ort der Weltgeschichte praktiziert wurde, nämlich im antiken Athen, meines Erachtens aus genau diesen Gründen. Mit dieser sehr spezifischen Form von Demokratie, der Losdemokratie, die man in Athen erfunden hat, also eigentlich auch die originäre, ursprüngliche Form von Demokratie, die hat man eingeführt, weil die Griechen unter sich, gerade die Athener unter sich, extrem gewalttätig waren. Man war extrem gewalttätig mit sich selber und weil man das praktisch Ausmaße angenommen hat, mit denen selbst die sehr militanten Athener nicht mehr klargekommen sind, hat man die Losdemokratie als Befriedungspraxis, Befriedungstechnik eingeführt. Deswegen hat das ein hohes Potenzial auch für uns heute. Also wenn man eine freundlichere Gesellschaft will, eine friedfertigere Gesellschaft will, die also ihre eigene Gewalttendenz systematisch einhegt und begrenzt, auf eine sozusagen vertretbare Weise, die nicht Unterdrückung ist, die nicht Schrauben am Menschen ist, die nicht in Erziehung besteht und in anderen Gewaltformen, sondern die ganz natürlich sich anfühlt für die Menschen, ist die Losdemokratie ein ganz, ganz heißer Kandidat, eine ganz, ganz heiße Option. Warum? Sie löst mehrere Probleme gleichzeitig. Ein Problem ist, eine Sache, die sie löst, ist, sie vernetzt uns auf eine menschliche Art quer zu unseren Gruppenzugehörigkeiten. Indem wir losen, kommen wir uns menschlich nahe. Wir begegnen uns in gelosten Gremien auch nicht lagerförmig oder parteiförmig. Das hat man auf eine gewisse systemische Weise, also rein verfahrenstechnisch aufgelöst. Das heißt, man lost eine Gruppe von Menschen, sei es 160 oder 250, man lässt die aber jetzt nicht aufeinanderprallen oder fraktionsweise sich organisieren oder so oder lagerförmig oder parteiförmig, sondern man unterlost die in kleinen Gruppen, die wirklich miteinander reden können, also die wirklich so was haben können wie eine Art Dialog, ein echtes Gespräch und nicht Debatten, Plenumsdebatten oder so ein Scheiß. Das funktioniert nicht, das macht uns aggressiv. Was uns nicht aggressiv macht, ist das Gespräch Mensch zu Mensch und genau dieses Gespräch Mensch zu Mensch können wir institutionalisieren in gelosten Bürgerversammlungen und dann haben plötzlich Menschen miteinander Empathie und entwickeln Verständnis füreinander, die das auf anderem Wege heute gar nicht mehr könnten, natürlicherweise. Also das ist sozusagen eine doch hochkünstliche Praxis, eine hochartifizielle Praxis, die nicht von alleine entsteht, die wir aber brauchen, um mit dem hochkünstlichen Zustand der Sesshaftigkeit noch klar zu kommen. Ja, das ist so ein Problem, das es löst. Also das zweite Problem, das es eben löst, also neben eben die Lagerbildung, dass sie die auflöst und dass es uns überhaupt nahe bringt, ist eben das Thema, dass es das Machtthema vom Tisch bringt. Indem wir losen, signalisieren wir uns wechselseitig, dass wir uns für Gleichrangige halten. Das Losverfahren behandeln uns alle gleich, indem wir losen, behandeln wir uns selbst alle gleich und sagen, jeder Mensch ist gleich wertvoll. Und damit ist das Macht- und Statusthema in dem Moment, wo wir geloste Versammlungen bilden, vom Tisch. Das heißt, wir begegnen uns, wie wir mal klassisch gesagt hatten, als Bürgerinnen und Bürger. Wir begegnen uns als Machtgleiche, als Freie und Gleiche. Und in diesem Verhältnis der Machtgleichheit oder Gleichrangigkeit können wir Menschen besser kooperieren, als wenn wir um Status kämpfen. Sobald wir um Status kämpfen, entwickeln sich ganz, ganz ungute Gruppendynamiken, in denen wir nicht mehr gut kooperieren können und in denen auch nicht so etwas entsteht wie Verständnis und Empathie zwischen uns. Das heißt, geloste Bürgerversammlungen oder eben Losdemokratie, antiken Typs, wie man sie in Athen praktiziert hat, ist eine 1A-Befriedungstechnik, durch die wir uns auch in der hochkünstlichen Zustand der Sesshaftigkeit, die sich meines Erachtens nie natürlich für uns anfühlen wird, weil so sind wir einfach nicht gebaut. Wir können es aber trotzdem nachhin nicht zurück. Also sozusagen, es ist sozusagen unsere zweite Natur, aber auch mit dieser zweiten Natur kommen wir einfach nicht klar. Die Losdemokratie ist eine künstliche Technik, um mit dem hochkünstlichen Zustand der Sesshaftigkeit gut klar zu kommen. Wir bringen also sozusagen Qualitäten zurück in unser Leben, die im Nomadenleben, aus dem wir natürlicherweise kommen, einfach gegeben waren. Heute sind sie aber nicht mehr einfach gegeben, heute müssen wir sie künstlich herstellen. Und dafür ist die Losdemokratie als Technik oder als Praxis ein 1A-Kandidat. Also wenn wir uns fragen, wie kann die Menschheit unter heutigen Bedingungen realistischerweise wieder freundlicher werden, kooperativer werden, empathischer werden mit sich selbst letztlich, dann ist die Losdemokratie the way to go, the practice to go. Das ist eine Möglichkeit, wie wir eine freundlichere Gesellschaft kriegen und zwar auf eine, ich würde sagen, nicht sehr unangenehme Weise, eine relativ unangestrengte Weise. Denn Losen zu Losen bedeutet, alle haben das gleich oft, alle, sie werden auch gleich stark belastet. Ja, es ist gerecht, weil keiner von uns macht das mehr, keiner macht das weniger. Das garantiert halt die Zufallsauswahl, wenn wir sie sehr in der Breite und regelmäßig anwenden. Also wie ich immer sage, extensiv anwenden. Und also eine Losdemokratie ist in jeder Hinsicht sozusagen verteilt die Last der gesellschaftlichen Vermittlungsarbeit oder man könnte auch sagen, der gesellschaftlichen Versöhnungsarbeit oder der gesellschaftlichen Friedensarbeit gleichmäßig auf alle Menschen. Und deswegen geht das so. Also wenn wir uns als Gesellschaft nahe kommen wollen, wenn wir als Gesellschaft gut kooperieren wollen, wenn wir eine mit sich selbst verständnisvolle und empathische Gesellschaft bilden wollen, kommen wir nach meiner These heute ohne die Losdemokratie nicht mehr aus. Ohne die Losdemokratie werden wir uns also immer weiter zerstreiten und es steht tatsächlich zu befürchten, dass in the long run, wenn wir also in den ganz großen historischen Zügen evolutiv denken, durch die Gesellschaft, in der wir derzeit leben, immer noch unfreundlicher werden, weil es einen schleichenden Selektionsprozess gibt zwischen immer noch aggressiver, immer noch feindseliger, immer noch unempathischer und damit sozusagen sind wir auf dem genau falschen evolutiven Pfad, auf dem wir aber meines Erachtens sind, seitdem wir sesshaft geworden sind. Vorher waren wir wie gesagt in der Gegenrichtung unterwegs, die Menschheit wurde immer freundlicher. Das ist eben die These von Brian Hare. Habe ich mir geklaut dort, das ist ein seriöser Wissenschaftler. Meine Gegenthese ist, dieser Prozess ist gestoppt. Ich bin kein seriöser Wissenschaftler, ganz offensichtlich nicht, nur um das nochmal offen zu legen. Ich bin ein Laie, der sich komische Dinge zusammenfabuliert. Für mich ist das aber plausibel, dass dieser Prozess, von dem Brian Herr spricht, mit der Sesshaftigkeit geändert hat. Und seitdem sind wir auf dem Gegenpfad unterwegs. Wir werden wieder schleichend aggressiver, gewaltfähiger und so weiter und das ist nicht für uns gut. Wir brauchen das Gegenteil. Wir brauchen eine Gesellschaft, die kooperiert. Und zwar über Gruppengrenzen, über Milieugrenzen hinweg und auch überregional. Das können wir Menschen, aber nur, wenn wir eine Losdemokratie bilden. Ohne Losdemokratie können wir das nicht. Das wäre naiv. Da fehlen einfach die Rantebedingungen, unter denen wir das können. Der Mensch ist nicht an sich ein kooperatives Wesen. Das wäre schön, wenn das wäre, ist aber nicht die Realität des Menschen. Wir Menschen sind daraufhin nicht ausgelegt, in so großen Gesellschaften, die sesshaft sind, in denen es riesige Status und Machtunterschiede gibt, gut zusammenleben zu können. Das können wir einfach nicht. Das können wir aus benennbaren Gründen nicht, weil das nicht die Bedingungen waren, aus denen wir kommen. Das waren nicht die Bedingungen in der Steinzeit, das waren nicht die Bedingungen des Nomadenlebens, das mir dort über Jahrzehntausende und Jahrhunderttausende geführt hat, das uns aber psychologisch geformt hat. Also unsere psychologische Voreinstellung ist nicht auf das Leben in Sesshaftigkeit ausgelegt. Und das erklärt vollständig und erschöpfend, warum wir so große soziale Probleme haben seitdem und warum wir so gewalttätig sind seitdem, wie die Forschung nach meinem laienhaften Wissen tatsächlich nachweist. Also kurz gesagt, seitdem der Mensch sesshaft geworden ist, ist er aggressiver geworden, gewalttätiger geworden, sagt die Forschung. Es war nicht so, dass die Nomaden vollkommen friedfertig waren, aber sie waren nicht in dieser Art und in dieser Weise gewalttätig, wie wir sind, seitdem wir sowas haben wie Viehzucht und Ackerbau und Sesshaftigkeit. Also kurz gesagt, die Menschheit ist derzeit auf dem falschen, evolutiven Pfad unterwegs. Sie wird immer noch aggressiver, immer noch gewalttätiger. Das ist ein schleichender Prozess. Also ich denke wirklich in Jahrtausenden, wenn nicht Jahrzehntausenden. Wenn wir diesen Prozess stoppen wollen und wieder auf den richtigen Pfad zurück wollen, auf den wir mal waren, kommen wir ohne die hochkünstliche Praxis der Losdemokratie nicht aus. Wenn wir das nicht machen und einführen, werden wir uns wundern, zu was wir fähig sind und zwar im Schlechten. Und wir sind derzeit schon ziemlich zu krassen Dingen fähig. Also wenn man sich die jüngste Geschichte anschaut, die jüngsten Kriege anschaut, was wir da alles so machen mit uns selber, also die Menschheit mit sich selbst, dann kann einem Angst und Bange werden. Wir sind eine Spezies, die derzeit hochgefährlich für sich selbst ist, die hochbedrohlich für sich selbst ist und das können wir beenden, aber wir können es nur beenden mittels Losdemokratie. So meine These. Ceterum Censio, Isonomia am Essesortienda. Im Übrigen erkenne ich die Tatsache an, dass die Isonomie, die Politi, die Demokratie gelost werden muss. Und das ist die Tatsache an,